Wir unterstützen Mitglieder durch eine Ausbildungsförderung. Jemand, der eine Schule besucht für einen Sozial- oder Pflegeberuf, kann bei uns einen Antrag stellen. Gefördert werden klassische Pflegeberufe wie die diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Pflegeassistenten, aber auch Logopäden, Orthodistinnen, wie auch immer. Hier besteht die Möglichkeit, bei einer berufsbegleitenden Ausbildung, aber auch bei einer Vollzeitschulausbildung, hier sich eine Förderung bei uns abzuholen. Wichtig wäre bei der Antragstellung, dass alle Unterlagen vollständig bei uns einlangen. Das kann man per E-Mail machen oder ganz normal auf dem postalischen Weg. Wichtig ist, dass der Antrag vollständig ausgefüllt ist, dass die Angaben stimmen. Wir brauchen dann auch eine Schulbesuchsbestätigung zum Beispiel. Einkommensnachweise wären wichtig. Und wenn alles vollständig da ist, können wir das schnell bearbeiten und die Förderung dann rasch zur Anweisung bringen.